auch dieses jahr haben wir wieder zu unserem anlageforum eingeladen übrigens zum 17 mal und wir freuen uns dass auch unsere kundinnen und kunden wieder zu uns nach dortmund kommen konnten in unsere konferenz etage über den dächern der westfalenmetropole welche themen haben wir behandelt zum einen die politische zeitenwende wurde auch zu einer zeitenwende auf den kapitalmärkten zum anderen haben sie unsere kunden uns themen mit auf den weg gegeben die für sie spannend sind und da haben wir frau schneeweiß als co geschäftsführer des arbeitskreises kirchen investoren eingeladen um über die fünfte aktualisierung des ekd leitfadens zu sprechen sozusagen vor der offiziellen veröffentlichung und wir haben ein thema aufgegriffen dass sie bewegt nämlich das thema der immobilien und wie ist es da mit dem thema der nachhaltigkeit und wie kann man diese immobilien bewerten und diese themen haben wir angekommen und haben sie aufgegriffen heute und dazu hat der chef volkswirt von union investment seinen ausblick auf den kapitalmarkt gegeben und mein kollege jörg neutrecht hat unsere strategien als ihre bank für kirche und diakonie als ihre anlage experten uns offeriert und mit ihnen abgestimmt wie gehen wir damit um wenn sich tatsächlich diese prognosen bewahrheiten ein herzliches dankeschön an die referentinnen und referenten auch danke an die teilnehmenden hier in dortmund für die spannende und interessante diskussion und ein herzliches willkommen und eine einladung an sie für unser online format wir machen wie man ihn abgestimmt wird